Herzlich Willkommen beim Mediale Energie. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Übung werden wir uns ein paar Themen anschauen und ein bisschen einen Bogen spannen. Grundsätzlich geht es darum, dass ich immer wieder höre, dass viele Leute sehr beschäftigt sind, sehr nach außen gerichtet sind und sich auch irrsinnig nach außen verausgaben, weil eben sehr viele Anforderungen da bereitstehen. Das ist mit der Zeitqualität völlig nachvollziehbar, aber es sollte natürlich schon so sein, dass man in seiner Mitte bleibt und dann nicht unbedingt frustriert ist oder genervt ist oder womöglich auch so Energie abgibt. Und deshalb geht es heute darum, innere Stabilität, inneren Frieden zu aktivieren und über diesen Frieden dann auch die Abgrenzung ganz klar zu setzen. Das heißt, dass ich mich nicht nach außen hin verausgabe. Und da möchte ich heute mal, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie das ist, dass ich sage, außen fließt alles in einem gewissen Tempo, aber ich regle die Dinge in meinem Tempo und lasse mich nicht von der äußeren Frequenz ablenken. Das ist nämlich ein Unterschied. Nicht jeder ist immer für die Zeitfrequenz geeignet und die Zeit fließt manchmal anders, als man es selber drinnen hat. Und deshalb ist es auch so, diese innere Frequenz oder auch die innere Wahrheit, den inneren Frieden so lange zu erhalten, egal was draußen für eine Zeitfrequenz stattfindet. Gut, und da werden wir zuerst einmal anfangen, überhaupt mal uns aus dieser Zeitdynamik, aus dem Zeitbewusstsein zu lösen. Das wird so der erste Teil dieser Übung sein und das machen wir jetzt mit einer Hilfsenergie. Und zwar, da kann man sich so vorstellen, das ist so eine Meisterenergie, so Sanat Kumara heißt die. Ist jetzt nicht wichtig, wenn du da jetzt noch nichts darüber gehört hast, sondern einfach mal so diese Energie wirken lassen und einmal schauen, was sich da tut. Also du kannst jetzt einfach mal so die Augen schließen und mal tief einatmen. und wieder ausatmen und einatmen und wieder ausatmen und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr Deine Arme werden schwer angenehm schwer Deine Beine werden schwer angenehm schwer Dein ganzer Körper ist angenehm ruhig und entspannt Stell dir einfach mal vor dass du am Meer liegst im Wasser im Wasser und du spürst in deinem Rücken den Sand des Strandes und rund um dich herum bewegen sich die Wellen in einer Auf- und Abbewegung und diese Bewegung ist einfach nur außerhalb von dir und das ist die Bewegung der Zeit du selbst hast deinen eigenen Rhythmus und die Zeit fließt in einem eigenen Rhythmus und die Zeit fließt in einem eigenen Rhythmus und manchmal spürst du dass dich das Wasser etwas weiter hinaus trägt und dann wieder näher zum Strand weiter hinaus und näher zum Strand und um diese Bewegung jetzt mehr kontrollieren zu können dich mehr abzuschotten von dieser Bewegung der Zeit rufen wir jetzt mal Sanat Kumara diese Energie von Meister Sanat Kumara und in einem Aprikot farbenen Licht kommt jetzt diese Energie zu dir und hüllt dich mal ein es ist eine Mischung aus Frieden und Klarheit und du erlaubst dir dich immer mehr und mehr dieser Energie zu öffnen so dass diese Klarheit und dieser Frieden ganz durch dich hindurch fließen können vor allem auch um dein Becken deine Hüfte dein Wurzelschakra Frieden und Liebe und Abgrenzung und diese Energie reinigt dich jetzt mal durch und verankert dich immer mehr und mehr in deinem eigenen Rhythmus und dieser Rhythmus den kannst du dir in einer Farbe vorstellen nimm einfach mal deinen Rhythmus in einer Farbe wahr vielleicht ist rot vielleicht ist rot, orange gelb, grün, blau, rosa stell dir mal deinen Rhythmus als Farbe vor und das ist ein Rhythmus als würdest du auf eine Trommel schlagen wie dein Herzschlag und dieser Rhythmus egal in welcher Farbe du ihn jetzt wahrnimmst findet sich auch ganz tief unter deinen Füßen in der Mitte der Erde wieder dort spiegelt sich die Farbe die Farbe deines Zeitrhythmus wieder und visualisier jetzt mal die Farbe von deinem Rhythmus direkt ganz tief in der Erde und erlaube jetzt, dass deine innere Farbe dein innerer Rhythmus sich mit dem Licht im Inneren der Erde verbindet die Energie fließt nach unten und du spürst jetzt, dass du dich in deinem Rhythmus erdest erlaube erlaube dieser Energie, dass sie jetzt einfach mal fließt und spüre deinen individuellen Rhythmus und spüre deinen individuellen Rhythmus wie sich die Farbe von deinem Zeitrhythmus deinem inneren Rhythmus erdet und dadurch bekommt dein Umfeld diese Qualität auch mit das bedeutet, dass du deinem Rhythmus entsprechend genau die Zeit zur Verfügung hast um deine Angelegenheiten um deine Angelegenheiten in deinem Sinne zu regeln deine Aufgaben zu erfüllen und alles fließt in deinem Rhythmus solltest du einen fremden Rhythmus angenommen haben dann wird dieser nun transformiert abgegeben und es wird wieder Platz für deinen individuellen Rhythmus gemacht Atme nun tief ein und wieder aus und gib auch alle Vorstellungen ab die dir vielleicht vorgaukeln dass du einen ganz anderen Rhythmus hättest du singst jetzt absolut in deine Zeitfrequenz in deinen Rhythmus und während du das machst wirkt das Schutzschild die Abgrenzung der geistigen Welt und von Meister Sanat Kumara rund um dein Energiefeld und hält andere Frequenzen von dir fern und erlaube dir jetzt ganz in deiner Frequenz zu verweilen in deiner Zeitfrequenz in deinem persönlichen Rhythmus und 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 sämtliche Manipulationsenergien dürfen jetzt aus deinem Feld gelöst werden Atme tief ein und wieder aus. Und es wird jetzt noch einmal auf Manipulationsenergien oder Vorstellungen, Urteile, die die nicht gut tun, eingegangen und diese werden gelöst. Und da kommt eine Heilfrequenz, Heilung, inneres Kind rein zu dir. Du kannst dir auch einen Honigkalzit vorstellen. Und der fließt jetzt in dein Nabelschakra ein, diese Heilfrequenzen. Und die erlauben dir jetzt noch einmal tiefer gehende Manipulationen. Du spürst, wie deine aktive Seite entspannt wird. Und wie sie immer mehr auch deinen, dir innewohnenden Rhythmus annimmt. Und wie du freier und klarer wirst. Und wie du freier und klarer wirst. In dir entsteht jetzt Frieden, Zufriedenheit und dadurch auch Heilung. Anspannungen lösen sich. Und du wirst freier und friedlicher. Du tauchst absolut in deinen Rhythmus ein. Anspannungen lösen sich. Anspannungen lösen sich. Anspannungen lösen sich jetzt mehr und mehr in deinem Leben und deinem Umfeld. Und du beginnst immer mehr dieser Frequenz, diesem Rhythmus zu vertrauen. Anspannungen lösen sich. 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 Lass dich ganz in diese Frequenz alles ist gut hinein sinken. Denn dadurch verankerst du noch einmal deinen inneren Rhythmus. Und dieser innere Rhythmus soll Teil deines Wurzelschakras sein. Es ist der Rhythmus, der deine Erdungsenergie antreibt. Erschöpfungen, Müdigkeit, Enttäuschung fließt jetzt ab. Das Gefühl, hoffnungslos gegen eine Wand gelaufen zu sein oder Dinge nicht rechtzeitig zu erledigen, fließt von dir ab. Der Vergleich mit anderen, was andere alles schaffen oder andere alles können, fällt von dir ab. Du spürst, wie dieser innere Frieden, dieser Kontakt zu deinem inneren Rhythmus dich eigentlich befreit. Dort, wo vorher Erschöpfung und Müdigkeit geherrscht haben, beginnt nun Regeneration zu fließen. Dort, wo Enttäuschung eine Wüste hinterlassen hat, beginnt wieder sattes Grün, satter Frieden zu gedeihen. Du spürst, wie dein Umfeld sich belebt, wie kein Stein auf dem anderen bleibt. Wie du aus deinem inneren Frieden heraus, aus deiner Frequenz heraus, dein Leben so veränderst, dass du dich 100% wohlfühlst, dass es absolut in deinem Rhythmus läuft. Ich erkenne meinen inneren Rhythmus an und ich erkenne auch den Rhythmus von anderen an. Ich erkenne ab sofort jegliche Störfrequenz, die mich aus meinem Rhythmus bringen möchte. Ich erkenne ab sofort jegliche Manipulationsenergie, die mich aus meiner Mitte bringen möchte. Ich bin klar und voller Durchsetzungskraft. Ich vertraue meinem Rhythmus. Du atmest jetzt tief ein und wieder aus und während du das tust, spürst du, dass rund um dich herum eine Reinigung stattfindet. Es ist fast so, als wärst du bei dir zu Hause und außen wird die Straße gekehrt oder der Rasen gemäht. Dinge klären sich. Dinge sortieren sich. Und du spürst, dass es gut ist. Und du spürst, dass du dich absolut auf diese innere Stabilität und Stärke verlassen kannst. Und du spürst, dass der einzige Rhythmus, der für dich bestimmend ist, dein eigener Rhythmus ist. Und dieser Rhythmus ist mehr als genug. Atme nun nochmal tief ein. und wieder aus. Und spüre, dass sich dein Rhythmus immer mehr und mehr manifestiert, mit jedem Schritt, den du gehst, mit jedem Atemzug, den du nimmst. Und gleichzeitig transformieren sich auch sämtliche Blockaden, die du gespeichert hattest, die dich von deinem inneren Rhythmus abgehalten haben. Spüre diesen Frieden und diese Klarheit, aber auch gleichzeitig dieses Vertrauen und diese Stabilität, deine Durchsetzungskraft. Deine Durchsetzungskraft. Es gibt unendlich viele Zeitfrequenzen und Zeitrhythmen in der Welt. Und du hast deinen individuellen Rhythmus. Und dieser Rhythmus gehört dir alleine. Es gibt Menschen, die einen ähnlichen Rhythmus haben, aber niemals genau den Rhythmus, der der deine ist. Und deshalb bist du die Spezialistin oder der Spezialist in deinem Leben. Und du erlaubst dir nun diese Spezialistinnen und Spezialistenenergie zu aktivieren. Und diese Energie aktiviert sich in der Eigenliebe. Und jetzt fließen nochmal fremde Energien ab von dir. Und du erlaubst dir jetzt, soweit es für dich möglich ist, absolut in diese Eigenliebe zu sinken. Diese Eigenliebe zu aktivieren und dadurch Expertinnen und Experten in deinem Leben zu sein. Oder mit anderen Worten, eine Meisterin oder ein Meister in deinem Leben zu sein. Atme nun nochmal tief ein. Und spür mal die Energie in deinem Feld. Spür, wie weich dein Feld ist, wie klar dein Feld ist, aber dennoch wie klar abgegrenzt es auch ist. Je mehr du deinen Rhythmus erdest, je mehr sich die Eigenliebe erdet, umso weiter zieht sich dann die Meisterenergie von Sanat Kumara wieder zurück. Und du kommst immer mehr und mehr in deiner Kraft, in deiner Klarheit und in deinem inneren Frieden an. Und du spürst, dass du klar abgegrenzt bist. Dass du absolut stabil bist. Dass dich der Rhythmus anderer Leute, anderer Institutionen, anderer Medien nicht mehr berührt, sondern dass du absolut in deiner Kraft und in deinem Rhythmus auf deinem individuellen Weg gehst. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch und bewege deinen Körper. Spür deine Arme, spür deine Beine, streck dich durch und erlaube dir dann, genau in deinem Rhythmus wieder in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen, dabei jedoch deine Frequenz zu halten, zu ehren und auch zu leben. Wenn du dich wieder gut spüren kannst und wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Du kannst dich jetzt nochmal bei der geistigen Welt bedanken, bei deinem inneren Licht, bei Senat Kumara, wenn du das möchtest. Und spür dann einfach mal nach, wie es sich anfühlt. Du solltest dich jetzt klarer, zentrierter fühlen und beobachte einfach mal, was sich so tut. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib es mir einfach in die Kommentare unten rein, wie es dir so gegangen ist bei dieser Meditation. Und ja, wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Jeden Mittwoch, jeden Freitag gibt es ja hier am Kanal Videos. Und wenn du ein Thema für eine Meditation hast, dann schreib es mir auch in die Kommentare. Und ich mache gerne mal eine Übung dazu, eine Meditation dazu. Jeden Mittwoch, jeden Mittwoch, jeden Mittwoch, jeden Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.